Alle Beiträge des Salzburg AG Magazins finden Sie übrigens auch im Internet und wir kommen jetzt zur Meldungsübersicht. Die Salzburg AG feiert heuer ein ganz besonderes Jubiläum am Wolfgangsee. Seit zehn Jahren betreibt sie die Schafbergbahn und die Wolfgangseeschifffahrt. Seit 2006 investierte die Salzburg AG zusammen mit dem Bund und den Bundesländern Salzburg und Oberösterreich mehr als 16 Millionen Euro in die beiden Betriebe. Seit heuer profitieren Unternehmen von Steuervorteilen, wenn sie auf E-Autos umsteigen. Die Vorsteuer entfällt bis zu einem Kaufpreis von 40.000 Euro komplett. Außerdem ist kein Sachbezug fällig, wenn rein elektrische Firmenautos auch privat genutzt werden.